Servus und herzlich willkommen bei den Stauernfischer. Heute ist der 1. Mai und das heißt Raubfisch frei. Wir sind jetzt am Weg ans Wasser und dann schauen wir mal da was passiert. Die Stauernfischer Lang mal drauf. Lang hat es gedauert, aber jetzt sind wir wieder da. Wir sind heute blinkern, das ist heute wieder erlaubt bei uns und darauf haben wir echt hingefiebert. Ich bin heute noch mit David unterwegs, warum der Erik nicht dabei ist, erklärt euch selber. Hallo zusammen, leider muss ich euch mitteilen, dass ich aus privaten Gründen kein Teil mehr der Stauernfischer bin. Hängt damit zusammen, wir haben es ja schon mal erwähnt, ich bin Papa geworden, dazu kam noch ein Umzug und auch ein Jobwechsel und deshalb ist es auch zeitlich nicht mehr ganz Videos drin, so regelmäßig Videos zu drehen und deswegen haben wir uns entschieden, dass ich vorerst bei den Stauernfischer nicht mehr dabei bin. Natürlich werden wir die ein oder andere Angelsession noch machen. Es hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht, auch Videos zu drehen und euch zu unterhalten. Ich freue mich natürlich auf das ein oder andere Video noch mit Andi, aber aktiv bin ich erstmal nicht mehr dabei. Ich denke, das kann jeder verstehen, wünscht trotzdem allen da draußen Petri Heil, auch den Jungs schöne und tolle Fänge und wir sehen uns bestimmt bald wieder. So, mir knut der Magen, wir machen jetzt mal ganz kurz Pause, wir müssen was essen, Mittagspause, die Kirchturmuhr im Hintergrund läutet gerade, das heißt Essen fassen und am Nachmittag sehen wir sich garantiert wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Wir sind ja in einem relativ geraden Abschnitt vom Fluss, wir haben kein Prallufer und entsprechend auch kein flaches Ufer, wir sind zwar eigentlich in der Innenkurve, wo es relativ flach sein sollte, aber ihr seht es nicht, aber ich durch die Polbrille sehe es, dass er ziemlich tief runter geht und hier die ganzen Kanten entlang sind relativ tief und es sind gute Unterstände und deswegen rechnen wir hier mit dem ein oder anderen Hecht und natürlich auch mit einem Barsch. 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 Vielen Dank.